Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 8292 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Dieses Training wird neu und hart für euch sein, aber ich garantiere euch maximalen Erfolg. Dieses Training wird neu und hart für euch sein, aber ich garantiere euch maximalen Erfolg. Ich möchte drei Stücke von diesem Kuchen und sieben normale Brötchen. Ich möchte drei Stücke von diesem Kuchen und sieben normale Brötchen. Ich möchte drei Stücke von diesem Kuchen und sieben normale Brötchen. Ich bin der Meister der Maniküre. Ich helfe dir, die richtige Farbe für deinen Nagellack zu finden. Ich bin der Meister der Maniküre. Ich helfe dir, die richtige Farbe für deinen Nagellack zu finden. Ich bin der Meister der Maniküre. Ich helfe dir, die richtige Farbe für deinen Nagellack zu finden. Hier kann ich künstlerisch tätig sein. Ich verwende alle Farben auf einmal. Gestern habe ich ein trauriges Gedicht gelesen. Es handelt vom Verlust eines Freundes. Gestern habe ich ein trauriges Gedicht gelesen. Es handelt vom Verlust eines Freundes. Dieses Plakat wird in der ganzen Stadt zu sehen sein. Ich lasse 1.000 Stück drucken. Dieses Plakat wird in der ganzen Stadt zu sehen sein. Ich lasse 1.000 Stück drucken. Dieses Plakat wird in der ganzen Stadt zu sehen sein. Ich lasse 1.000 Stück drucken. Jede Münze zählt. Sie bringt mich meinen Wünschen näher. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich lasse 1.000 Stück drucken. Vielen Dank.